Es ist jedes Jahr das gleiche Neue, nämlich das ganze Programm anfangen. Jedes Jahr wieder bei Null an und ich glaube, wir haben das Jahr so eine runde Geschichte zusammen. Ich freue mich total auf das Puzzle, das sich jetzt an dem letzten Tag noch fertig zusammensetzt. Es ist immer spannend zu sehen, wir proben ja nur drei Tage im Stadion. Und am Anfang wissen alle noch nicht so genau, was jetzt mit anstehen und wie das funktioniert. Und das Puzzle, das sich dann zusammensetzt, ist für mich eigentlich das Faszinierendste überhaupt an Arthonaise. Ja, es ist einfach das Highlight jedes Jahr bei Arthonaise zu laufen. Und ich freue mich ganz, ganz viel mit James Morrison und auch der Zürcher Kameraorchester zu laufen. Es ist zehn Shows während zwei Wochen. Es ist schon viel und am Samstag und Sonntag haben wir zwei Shows im Tag. Das ist ganz, 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 ganz stark. Zwei Nummern im Wettkampf. Du hast nur drei Minuten für das Kurzprogramm, vier Minuten für die Kür und das ist ein anderer Tag. Und jetzt hier am Samstag habe ich vier Nummern am Samstag und dann vier Nummern am Sonntag. Das ist viel, viel, viel für den Körper. Und ich werde nicht jünger. Also das heisst, man muss sehr viel proben und sehr viel arbeiten. Schlussendlich sage ich immer, das Ziel ist, dass jeden auserlauft und mindestens einmal von Freude Tränen in den Auge kam, und dann ist das Highlight-Ziel erreicht. Musik 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 Musik